Selbst if ist etwas Besonderes in Rust und das wollen wir uns heute mal genauer angucken. Ich habe eine Kleinigkeit für euch vorbereitet und zwar eine sehr, sehr einfache if-main-Funktion, die euch so ein bisschen zeigen soll, was dieses if eigentlich tut. Das hier macht aktuell noch gar nichts. Wie ihr sehen könnt, b als Variable ist ein Boolean und wird aktuell nirgends benutzt. Aber es geht mir um diese beiden Dinge hier. Hier nehme ich einmal die Number, die ich auf 3 gesetzt habe und dann hier ein kleiner Vergleich, den wir uns auch schon wahrscheinlich kurz angeguckt haben. If Number kleiner 5 Print Line True. So und wenn ich das ausführe, dann sehen wir hier, es kommt True und True raus. Das obere True habe ich absichtlich mal groß geschrieben, damit ihr es sehen könnt. Das ist einfach nur dazu da, um zu sagen, hey, wir sind hier reingegangen und das hier unten gibt mir den Wert von b aus, also von dem Boolean hier oben. So, das ist erstmal die Grundstruktur und die ist sehr, sehr ähnlich wie das, was wir in sehr vielen anderen Sprachen schon kennen. Ganz kurz für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Und zwar, man hat hier einen Vergleich. Also man hat erstmal das Schlüsselwort if. Man hat anschließend einen Vergleich und da vergleicht man zum Beispiel, ob eine Zahl kleiner als 5 ist oder ob sie gleich 5 ist. Achtung, zwei Gleichheitszeichen. Oder ob ihr Modulo von, keine Ahnung, 42 gleich 5 ist. Was auch immer ihr da vergleichen wollt. Ihr könnt quasi einzelne mathematische Verhältnisse prüfen. Das kann natürlich auch ein Zeichen in einem String sein oder sogar ein ganzer String. Da ist euch wirklich eigentlich keine Grenze gesetzt. So, und wenn ich jetzt das nochmal kurz zurücksetze auf das, was wir ursprünglich hatten, Number kleiner 5, Printline true. So, jetzt ist das natürlich nicht alles, was wir machen können. Es gibt ja auch immer noch das else if und das else. Und ich fange jetzt einfach mal ganz kurz damit an mit dem else, bevor wir uns hier weiter in die Tiefen stürzen. Einmal hier kurz das else. So, manche schreiben das gerne so. Ich bin leider einer von der Sorte. Es tut mir sehr leid. Falls ihr etwas anderes erwartet. So, im Endeffekt ist das else genau dann immer ausgeführt, wenn, also im Endeffekt kriege ich hier immer das else, wenn diese Bedingung hier oben falsch war. Das heißt, wenn sie erfüllt ist, dann nimmt es das hier. Wenn sie falsch war, nimmt es das hier. So, jetzt gibt es aber da noch dieses Zwischending und zwar mit else if. Wir haben einmal ganz kurz so gezeigt. Und zwar else if bedeutet, ich kann auch noch weitere Bedingungen haben und dann erst meinen else-Block nehmen. So, und jetzt nehmen wir hier mal eine lustige kleine Geschichte, nämlich Number kleiner 4. Und da sehen wir eigentlich schon was. Jetzt sehen wir hier ja folgendes. Number kleiner 5 ist definitiv eigentlich gegeben, denn unsere Zahl ist ja 3. Aber Number kleiner 4 ist auch gegeben. Das ist ja beides erfüllt. Ich meine, unsere Zahl ist 3. 3 ist kleiner als 5, aber 3 ist auch kleiner als 4. Wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann sehen wir hier relativ schnell, dass ich nur True bekomme. Nicht diesen Fall und nicht das False. Das liegt an einer sehr einfachen Begebenheit. Denn wenn ich in Number, also if Number kleiner 5, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann wird alles hier nach ausgeführt, also in diesen geschweiften Klammern drin ausgeführt und wenn das fertig ist, überspringe ich alles, was noch zu dem if-Block gehört. Zu dem if-Block gehört alles, was mit else anfängt. Also relativ einfach zu merken, denn ja, nach dem if kommt ein else if. Dieses else if kann es nur geben, wenn es zu diesem if-Block gehört. Und das else, naja, das gehört eben auch dazu, weil es fängt mit else an. Also es gehört, diese drei hier gehören zusammen. So, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier ein if draus machen würde, dann gehören sie plötzlich nicht mehr zusammen, dann sind die zwei separat. Und ja, jetzt, mein Gott. So, ich habe rausgefunden, was es ist. Mein Backup-Programm, was die ganze Zeit verhindert, dass ich diese .exe-Datei überschreiben darf und dann natürlich den Zugriff da drauf sperre. Deswegen kann ich da nicht kompilieren. Aber jetzt funktioniert das Ganze. Und wir sehen hier, dass ich jetzt beides bekomme. Also jetzt kriege ich hier einmal true raus und einmal number kleiner 4, weil diese beiden hier nicht mehr zusammenhängen. Das heißt, wenn das hier ausgeführt wird, führt es das hier aus und danach springt es quasi hinter diese geschweifte Klammer und führt direkt das nächste aus. Weil es gibt keinen else-Block, es gibt auch keinen anderen else-if-Block. Deswegen werden die beide ausgeführt. Okay, das vielleicht ganz kurz zur Thematik. Ich drehe das jetzt hier mal um. Normalerweise sollte man das nämlich aus einer guten Code-Praxis so machen, dass wenn dieser Fall erfüllt ist, dass der hier dann einfach, naja, noch spezifischer ist höchstens, beziehungsweise, dass wenn dieser Fall nicht erfüllt ist, dass der Fall eben was anderes abdeckt. Also sprich, wenn jetzt meine Zahl 3 ist, wird der Fall hier oben abgedeckt oder kleiner als 3 ist. Wenn allerdings meine Zahl 4 ist, zum Beispiel, dann wird der zweite Fall abgedeckt. Und jetzt sollte ich vielleicht hier auch noch kleiner 5 schreiben, nicht kleiner 4. Genau. Denn ja, kleiner 5 ist sie ja noch, aber eben nicht mehr kleiner als 4. Sie ist ja genau gleich 4. Ihr versteht das. Okay. Jetzt, was ist hieran bitte anders als an anderen Sprachen? Nun, zunächst einmal das Offensichtliche. Wir schreiben keine runden Klammern um dieses Number kleiner 4. Das brauchen wir nicht. Das können wir schreiben, wenn wir das wollen. Wir brauchen es aber nicht. Weil, im Endeffekt, das hier wäre für unsere mathematische Berechnung, ey, bitte werte das zuerst aus. Aber, naja, es gibt halt nichts, was ich sonst stattdessen zuerst auswerten könnte. Also ist es einfach unnötig. Ich brauche diese runden Klammer also nicht, so wie in Java oder in anderen Sprachen. Auch wichtig ist, dass wir hinter diesen Ifs an sich kein Semikolon haben. Zumindest nicht immer. Aber, da kommen wir zu diesem spannenden Teil. Und zwar der, der in Rust ein kleines bisschen anders ist. Es gibt die Möglichkeit, dass bei If etwas zurückgegeben wird als Wert. Und dieses zurückgegeben wird als Wert, das können wir hier relativ direkt eigentlich ausprobieren. Und zwar, statt diesem If direkt, schreiben wir Let Result ist gleich. Und dann sagen wir hier, If Number kleiner 4, naja, dann sollten wir hier vielleicht nicht irgendwie Printline schreiben, sondern wir sollten wirklich sagen, welchen Wert soll denn in mein Result reinkommen? Wenn unsere Number also kleiner 4 ist, dann nehmen wir 4. Wenn unsere Number kleiner 5 ist, nehmen wir 5, ups, nicht 58, ansonsten nehmen wir selbstverständlich 42, äh, 42 habe ich gesagt. Und Achtung, hier hinten dran ist kein Semikolon, aber hinter diesem, hinter der letzten geschweiften Klammer, zu der alles dazugehört, da muss ein Semikolon hin. Das heißt, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist dieses Statement, also das da, davor war es ein Statement, wenn ich ein ganz normales If habe. Wenn ich es so zuweise, ist es plötzlich eine Expression. Das heißt, ich kann hier wirklich einen Wert produzieren und den speichern in meine Variable rein. Das ist hilfreich, das könnte man natürlich auch einfach haben, oder das müsste man so nicht machen. Man kann natürlich auch einfach schreiben, if, also wir schreiben, wir schreiben das einfach mal ganz kurz um, ähm, letResult gleich 0. So. Und hier machen wir das wieder raus. Und dann müssen wir das aber wieder mutable machen. Und dann sagen wir hier, result ist gleich 4. Jetzt brauchen wir ein Semikolon hinten dran. Und dann können wir das natürlich so weitermachen. Es funktioniert auch so. Ähm, es ist halt nur nicht so intuitiv, ne. So, sehe ich direkt, aha, das wird zugewiesen. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich werde jetzt hier einmal ganz kurz das Result ausgeben, damit wir das auch sehen können. So. Also einmal, wenn meine Number, ähm, kleiner ist als 4, dann weist ihm den Ding 4 zu. Ne, ist sie nicht. Sie ist ja genau 4. Wenn meine Number kleiner ist als 5, weist ihm 5 zu. Und genau das machen wir. Ansonsten weist 42 zu. Das machen wir nicht. Und dementsprechend steht jetzt in Result eben 42, äh, ne, 5 drin. Der Teil hier. So. Ähm, nun habe ich noch eine weitere Sache, die ich euch mitgeben möchte, bevor wir dieses Video hier beenden. Und ja, ich weiß, es ist ein relativ einfaches Video. Rust ist hier nicht besonders anders als andere Sprachen. Aber es tut sehr viele Dinge, die andere Sprachen auch sehr gut machen. Zum Beispiel eben dieses Lett hier. Aber eine wichtige Sache bleibt. Und zwar dieses if number kleiner 4 oder if number kleiner 5. Dieses kleiner als, das ist eigentlich eine Berechnung. Das ist eine Berechnung, die wir so tatsächlich eigentlich auch für die Berechnung eines Booleans schreiben könnten. Aha. Und jetzt seht ihr, worauf ich hinaus wollte. Wir können hier einfach schreiben, äh, if b, mach mal Dinge. Und if b heißt, b ist einfach ein Boolean und ich kann hier einen Vergleich schreiben, der mir einen Boolean zurückgibt. Und das ist sehr, sehr hilfreich, ähm, denn jetzt kann ich einfach hierher gehen und kann sagen, ey, ich mach mal b2 hier draus und wenn b2 gilt, b2, dann haben wir hier einfach eine zweite Bedingung. Diese Bedingungen hier oder Booleans, das b steht für beides, weil, Wortwitz, keine Ahnung, diese Bedingung kann natürlich vorher ausgewertet werden. Und hier drin kann ich eigentlich auch sehen, dann ist das Ding true oder ist es false. Und nichts anderes passiert bei dem if. Es guckt nur, ist diese Bedingung, die ich hier oben erstellt habe, ist die wahr oder ist die falsch. Natürlich sollte ich jetzt allerdings die Number vorher definieren, ansonsten kann ich diese Berechnung hier gar nicht ausführen. Ähm, das ist, als würdet ihr Plus rechnen oder Mal rechnen, nur eben mit einem, ähm, einem Vergleich. Einem Vergleich. Ist das gleich? Ist das kleiner? Ist das größer? Ähm, wir können hier zum Beispiel auch Ist gleich, Ist gleich 4 machen. Und dann sehen wir auch direkt, was hier alles in diesen ifs möglich ist. Es ist alles möglich, was wir mit einem Boole auch machen können. Und wichtig an der Stelle ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier einen normalen Boole haben. Also Doppelpunkt Boole. Nichts anderes lässt euch Rust hier einsetzen. Also es kann nicht irgendwelche fancy Geschichten mit, ich packe das mal noch automatisch aus oder sowas, da reinkommen. Nein, ein Boole ist ein Boole und der muss da in dieses if rein. Es gibt keine impliziten, äh, Konversionen oder sowas. Ähm, Gut, bei der 4 geht das noch, aber jetzt nehmen wir mal eine zweite Number, Letten Number 2 vom Typ, ähm, F64 ist gleich 3,2. Sowas. Ähm, und wenn ich jetzt hier sage, vergleicht doch bitte mal Number mit Number 2, dann geht das nicht. Obwohl es eigentlich beides Zahlen sind. Und andere Sprachen machen das automatisch für euch. Und wenn ich das hier oben wegmache, so, dann sehen wir plötzlich, aha, es, äh, soll trotzdem wieder funktionieren. Nein, es funktioniert trotzdem nicht. Das sagt euch tatsächlich hier der Compiler irgendwann. Ähm, denn es gibt keinen Vergleich zwischen Integer, also ganze Zahl, und einem Float, ja. Das wird zwar hier automatisch gesetzt und dann wird zwar gesagt, hey, das könnte funktionieren, die IDE weiß es dann nicht mehr. Aber wenn ihr die Typen nicht automatisch setzt, sprich, wenn ihr die von Hand da reinschreibt, dann seht ihr direkt, dass F64 nicht verglichen werden kann mit irgendwelchen Ganzzahlen, weil ganze Zahlen und eben Floats nicht miteinander verbunden werden können. Es gibt keine implizite Umwandlung in Rust, also zumindest bei Vergleichen gibt es das, so überhaupt nicht. Ähm, wenn ich das jetzt vergleichen möchte, muss ich hier wirklich eine Berechnung anfügen. Und, wenn ich eine Berechnung anführe, dann muss ich das auch in einer anderen Zahl dann zwischenspeichern. Das heißt, ich kann hier let, das kann ich machen tatsächlich, let number, ähm, Bodenstrich F, damit ich weiß, dass es ein Float ist, also es ist quasi meine Number nur als Float, nehme ich einfach meine Number, ups, Number, hallo? Achso, ja, nicht der Typ, sondern der ist gleich, meine ich hier natürlich. Number is, äh, as, ups, number as, F, 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 64. So, und jetzt habe ich quasi meine Number als Float konvertiert und jetzt kann ich sie vergleichen. Ähm, das ist sehr umständlich, aber genauso funktioniert das. Übrigens eine Kleinigkeit hier an der Stelle, wenn ich es in F, 32 vergleiche, kann ich auch keinen, ähm, Vergleich durchführen. Also auch selbst, wenn die, wenn die Anzahl an Bits hintendran unterschiedlich ist. Ich kann keinen F, 64 mit einem F, 32 vergleichen. Das geht auch nicht. Ähm, das heißt, was wir hier machen müssen ist, immer sehr, sehr vorsichtig sein, welchen Typ wir hier haben. Und dieses Umschreiben an anderen Typen, das ist grundsätzlich etwas, was man vermeiden sollte, sofern es geht zwischen Integer in Float, ist es kein Problem. Andersrum zum Beispiel, habe ich aber natürlich schon wieder ein Problem. Ähm, denn was ich hier machen, könnte, wäre es als I, 128 schreiben. Dann kann ich zwar wieder, äh, dann kann ich hier zwar wieder einen Vergleich durchführen. Number, Number F sollte, ach ja, jetzt muss ich mit Number vergleichen, klar. Ähm, dann kann ich hier zwar einen Vergleich durchführen, aber wenn wir etwas in eine Ganzzahl konvertieren, was davor ein Float war, zeige ich euch, was passiert. Erinnert euch da dran, der Float, also die Zahl, die wir konvertiert haben, die war ja eigentlich eine, ähm, 3,2. Und wenn wir das jetzt hier mal angucken, dann ist das einfach nur noch 3. Und 3 ist definitiv eine andere Zahl als 3,2. Und das heißt, bei solchen Conversions geht auch öfters mal Information verloren. Und da warnt euch Rust nicht davor. Das muss euch klar sein, wenn ihr eine Gleitkommazahl in eine ganze Zahl umwandelt, dann wird halt einfach mal abgeschnitten. So, ich zeige euch, was bei 3,8 passiert. Ähm, ist vielleicht auch interessant. Dann kommen nämlich auch 3 bei raus. Es wird nicht mathematisch gerundet, sondern es wird einfach abgeschnitten. Es wird das, was hinterm Komma steht, weggeschmissen. Und, ähm, deswegen muss man hier immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und deswegen solltet ihr hier auch euch gut überlegen, ob ihr eine Zahl wirklich oder generell Typen konvertieren wollt. Ähm, und ja, das funktioniert nicht. Okay, ähm, das vielleicht soweit. Ansonsten könnte ich hier relativ viel machen. Also, ihr könnt kleiner benutzen, ihr könnt gleich benutzen, ihr könnt Berechnungen benutzen. Ihr könnt auch sagen, number mal 4, kleiner 4 oder sowas. Also, es ist völlig frei, was ihr hiermit macht. Am Ende muss ein Bullieren bei rauskommen und den könnt ihr dann hier eintragen. Und, ja, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was ihr zu Ifs wissen müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.